Musik 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 Scheiß Dreck hier Also das heißt aber für uns, wir müssen hier mehr auslösen Ja, weil die Zombies sind ja nicht wirklich schuld Das ist ja immer der, der gebaut hat So, gehen wir erstmal schlafen So, was wir auch machen wollten, das ist schon ein paar Folgen her Ähm, war Silk Touch Auf unsere Spitzhacke Fällt mir grad Ein Aber ich hab gar keinen Modifier frei Oder Ne Ne, und ich weiß auch gar nicht, wie ich hier einen Modifier krieg Weil ich seh hier kein XP Level, ich seh hier gar nix Naja Esen Esen, 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 Holz Holz Aber Holz nehm ich mal mit Vor allem die Birke Hier Und das auch Und ich glaub hier krieg ich gar nicht mehr so viel rein Äh, ne Quatsch 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 gehört hier nicht rein Enderzeug gehört auch nicht rein Das nehm ich mal mit So Die Würmchen passen nicht mehr rein Golden Raspberry Bush Die können wir anpflanzen Setzlinge können hier auch nicht unbedingt rein Setzlinge können hier auch nicht unbedingt rein Es wird das schon besser Setzlinge können nämlich eigentlich da rein Ähm, das besondere Holz kommt mal weg Rubberwood und Cherrywood Das will ich erstmal nicht benutzen 15 Strings hier Dann gehen wir mal kurz ein paar Strings abernten Ja, es hat sich hier landschaftlich ja schon ein bisschen was verändert in den letzten Folgen Weil ich hätte die Würmer mitnehmen sollen Kann ich den jetzt einfach so anpflanzen Oh yeah Nein Alter wo kam der denn jetzt her man Arschloch Mann Aggression und Torette ey Nichts gegen Leute die Torette haben ja Wirklich nicht Aber es fackt halt total ab die Scheiß Creeper Ich könnte ja den Explosions Schaden ausmachen aber Dann ist ja auch nur halb so Schön Ich habe nicht gesehen dass da noch einer rumsteht Bei der Da fehlt halt jetzt der das Wurm. Ich geh mal schnell wieder zwei Würmchen holen. Vielleicht mach ich auch noch ein paar Fackeln. Wär vielleicht ganz sinnvoll, ne? Zumindest hier oben ein bisschen ausleuchten. Hier müssen wir sowieso mal noch ebenerdig machen, glaube ich. Einfach etwas die Chance des Zombiespawns verringern. So sieht es schon mal besser aus. Wird natürlich alles, wenn hier ausgebaut ist, noch anders werden. Also dann ist es natürlich nicht mehr so chaotisch hier. Ich wollte die Dings da holen. Warte mal. Ich kann dich gerade mal mitnehmen. Kühe müssen wir auch mal gucken. Da unten hatte ich ja, da hinten ist so ein Loch. Da habe ich schon zwei Kühe drin, die die irgendwie mal herbringen dann. Weil ich könnte mir vorstellen, oder, oder ist natürlich eine andere Alternative, da unten kommt ein Bauernhof hin. Das wäre wahrscheinlich noch einfacher. Hier geht dann einen Weg runter. Hier steht vielleicht auch noch ein Gebäude. Da hinten geht nochmal ein Weg runter. Und da hinten kommt ein Bauernhof hin mit allen möglichen Tieren. Da hätte ich Bock drauf. Bauernhof. Bauernhof mit so Einfriedung. So, warte mal. Was wollte ich jetzt haben? Die Würmchen. Jo, und die muss ich auch mal pflanzen. Ach, da hatte ich die. Da hatte ich schon welche. Stimmt ja. Hä, kriege ich die nicht einfach so abgezupft? Okay, dann halt nicht. So, also, lass mich mal gucken. Hier muss wieder einer hin und da. Okay. Der nächste Creeper, der kommt dann raste ich aus. Wie ging denn das nochmal? Achso. So, ich habe irgendwie gesagt, ich brauche mehr. Über 30, glaube ich. Äh, Silke. Silke Clothes. Gold und Dings, dass wir Silke Gerrel machen. Eine Emerald haben wir ja. Also brauchen wir zwei, vier, sechs, acht, vier, acht, sechzehn, 24. Ne, reicht sogar. Habe ich denn schon ein bisschen Gold? Ne. Oder? Dann muss ich gerade mal das Zeug hier raus holen. Achso, ich muss da unten drauf drücken. Äh, hält. So. Das müssen wir auch noch irgendwann alles mal automatisieren. Mit, ähm, unten. Das könnte man nicht gleich machen. Warte mal. Wir haben doch jetzt Eisen. Holz habe ich auch dabei. Dann können wir hier auch noch eine Doppelkiste machen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einen Hopper hinkriegen. Ajo. Ähm, bum 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 bum. Okay, dann brauche ich aber noch einen Hopper. Ähm, das heißt, ich brauche noch eine Kiste. Gut. Also. Wir pflanzen hier eine Doppelkiste hin. Dann nehmen wir einen Hopper und machen den so. Dann machen wir das gleiche Spiel. Und wenn das hier läuft, dann läuft's. So, ich hatte mal auch noch irgendwie fertige... So, ich hatte... Ah, warte mal. Ich hatte auch noch irgendwo die Redstone-Glocke. Also das habe ich ja auch nicht fertig gemacht. Ich habe über viele Sachen angefangen und dann habe ich es nicht fertig gemacht. Das ist sehr negativ. Wo ist die denn? Hier. Ähm. Gold haben wir sogar. Müssen wir gar nicht braten erst mal. Eisen nehmen wir mit. Ritztone nehmen wir mit. Emerald brauchen wir auch ein. Ah ja. Cleanstone wollte ich noch. Um den Boden da wieder zu reparieren. Also es sieht schon so langsam ein bisschen nach einer Base aus, was wir hier haben. Aber nur so langsam. Weil es fehlt natürlich noch vieles, vieles. Aber man kennt schon mal, dass hier jemand baut. So, warte. Ich brauche vier. Ich brauche 32 Strings. Ich depp. Ja, nee. Doch. Klar. Ich brauche ja vier solche Dinge. Okay, warte. Cleanstone dahin und dahin. Dann ist das wieder zu. Und dann diese Redstone-Glocke. Ich habe ja keine Ahnung, wie die funktioniert, gell? Ah ja. So easy. Die funktioniert sogar ohne, dass man was macht. Okay. Nice one. Gut. Dann können wir hier mal noch... Dann weißt du, was ich mache da. Balle ich das Eisen noch rein. Und das Gold. Sollen wir ein bisschen was arbeiten hier für sein Geld. Gut. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch genügend Kotten rauskriege. Für die Strings. Aber das muss reichen. Das reicht locker easy. Wie gesagt, das Problem ist nur, wir haben kein Modifier frei auf unserer Spitzhacke. Und wenn ich das jetzt probiere, dann sagt er mir kein Modifier frei. Jetzt ist nur die Frage. Modifier... MendingMossModifierCreative... MendingMossModifierCreative... Okay. Okay. Wir haben jetzt zumindest mal das Teil. Hauptsache haben. Und dann müssen wir uns jetzt um diese Draw kümmern.